Hallo, ich bin's, Andy Carpendale und ich bin gerade auf dem Weg zu den BMW Open und da darf ich heute mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ich spreche mit Mitarbeitern und Freiwilligen, die dieses tolle Turnier überhaupt erst möglich machen. Mit den Open Heroes sozusagen. Also, los geht's. Das ist eine der ältesten Tennisanlagen, die wir in Deutschland haben. Deswegen eine der schönsten Tennisanlagen auch. Das macht es schon besonders. Ähm, herrlich, oder? Hier ist noch Ruhe vor dem Sturm, sozusagen die ersten Spieladressen ein. Aber was jetzt schon auf dem Center Court los ist, das gucke ich mir jetzt mal an. Und da ist er, Banu! Was waren heute die wichtigsten Vorbereitungen? Also, die wichtige Vorbereitung war, weil da muss man erst einmal den Platz abziehen. Die ganze, so, der Wald ist schon der Platz fast trocken, dann muss man noch ein bisschen trockenen und sagen, da drüber. Also, du sorgst hier für die perfekte Hardware sozusagen. Kriegst du da Feedback von den Spielern? Sagen die nachher, hey, Banu, super gemacht, ist ein besonders schöner Court hier. Viele Spieler, die halt bei mir gesagt haben, die Plätze sind echt gut und top. Der kann schon Spiele nach einer halben Stunde reingehen. Danke für deine Arbeit. Bitteschön. So, und hier, auch ein ganz besonderer Ort, hier werden nämlich die Ballkinder gebrieft. Und das macht die Petra und ich ziehe sie jetzt heran. Schauen wir mal. Im Briefing das Wichtigste ist das Feedback für gestern natürlich, weil es war sehr kalt, es war sehr viel Bewegung drin, dass Pätze aufgemacht wurden, dass wir Teams neu zusammengestellt haben. Das hat super professioniert. Dann eben die Vorbereitung auf heute mit der Teameinteilung. Für mich das Besondere ist, es ist fast wie Familie, ganz ehrlich. Also ich nehme ja Urlaub dafür. Ich bin seit sehr vielen Jahren dabei. Wir machen es wirklich, weil es Spaß macht. Wir als Familie zusammen sind. Die Kids sind großartig, ja. So, und hier hinter mir ist, beziehungsweise da, der wichtigste Mann heute auf dem Platz, definitiv Norbert Peip. Das ist der Oberschiedsrichter hier seit vielen, vielen Jahren. Und er ist auch jetzt dafür, dass das Spiel auch pünktlich losgeht. Hier auf dem Centerfront. Die wichtigste Aufgabe des Tages ist erledigt, oder? Wie geht es jetzt weiter bei dir? Das ist jetzt erstmal die erste wichtige Aufgabe, sagen wir mal so. Das erste Match ist jetzt am Platz. Von daher gucken wir jetzt, ob die anderen draußen spielen, die Doppel, ob die drauf sind, ob alles okay ist auf den Plätzen. Dann hoffen wir, dass das Wetter schön wird. Ah, das Wetter, April, April. Ja. Das ist Munich, das härteste Sandkast der Welt. Da spielen wir auch bei 3 Grad. Aber der gute Münchner weiß ja, wichtig ist Reifenwechsel und Schicklamotten erst nach dem BMW Open in den Keller. Wir Münchner können ja auch total stolz sein, denn es ist ein internationales Turnier. Wie hochkarätig ist es dieses Jahr? Das ist klasse. Wir haben zwei von den ersten zehn hier. Sascha Zverev und Holger Ohne. Wir haben Felix Roger Allersin. Wir haben den Sieger von 2019, Christian Garin, der hat zum Beispiel 2019 bei ähnlichen Verhältnissen hier gewonnen. Der ist sicherlich auch gefährlich hier und motiviert. Sag mal, du lebst den Traum aller Kids, die mit Tennis zu haben, oder? Ja. Wie bist du das gewonnen? Ich habe mich beworben, weil mein Bruder hier auch schon Erfahrungen hatte als Ballkind. Und dann dachte ich, warum probiere ich es nicht auch? Und seitdem, seit zwei Jahren bin ich dann hier Ballkind. Hast du irgendwelche lustigen Geschichten in den letzten drei Jahren, zwei, drei Jahren hier erlebt? Also einmal habe ich getrotzt, noch auf dem Spielfeld bei meinem ersten Spiel. Oder ich habe auch einen Ball fallen lassen, aber es war nicht schlimm. Du durftest letztes Jahr aber im Finale dabei sein. Wie hat sich das angefühlt? Also es war auf jeden Fall der größte Erfolg, den man so als Ballkind haben kann. Was ist besonders special? In erster Linie natürlich liebe ich es in Deutschland zu spielen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich liebe es in München zu spielen. Wenn es mal über vier Grad sind, dann ist es noch schöner. Kennst du hier viele Gesichter, wenn du über das Efitros läufst? Ich kenne alle. Also ich kenne nicht alle Zuschauer, aber ich kenne alle, die hier arbeiten. Das sind gefühlt seit zehn Jahren dieselben Leute. Emotionen verbindest du ja mit München vor allen Dingen, hast du immer gesagt. Welche emotionalen Geschichten? Ich habe die schönsten Emotionen gehabt, weil ich das Turnier zweimal gewonnen habe. Ich habe auch die schlimmsten Emotionen gehabt, weil ich mehrmals erste Runde hier verloren habe. Über die letzten paar Jahre vor allem auch, als ich irgendwie an eins oder zwei gesetzt war jedes Mal. Bei dir ist auf jeden Fall der Name Programm, oder? Mr. Happy. Es ist unheimlich wichtig, dass du hier Stimmung machst, oder? Ja, es geht um die Motivation. Also dass die Spieler so ein bisschen flott auf den Platz geholt werden. Dass man hier einfach zwischen den Matches immer so ein bisschen die Leute über Laune hält. Und dass alle Beteiligten hier viel Spaß haben. Und wir haben ja auch alle Spaß. Wir geben uns hier die Bälle ab. Moderator Ralf Echsel und ich geben uns die Bälle ab. Hier läuft alles Hand in Hand. Und natürlich auch die Ballkinder, Linienrichter. Und wer sonst noch hier dabei ist, kann sich auch gerne mal ein Lied zwischendurch wünschen. Auch das kommt vor. Aha, und die Spieler auch? Und wirken die sich auch? Selbstverständlich natürlich. Machen sie das auch? Ja, zum Beispiel Holger Ruhne, der schon zweimal gewonnen hat. Da hieß es dann, habe ich gedacht, was wünscht er sich? Habe ich gedacht, was aktuell ist und so? Na nein, 80er Klassiker, Eurythmics Sweet Dreams. Scheint gut eingecueht zu sein? Ja! Und dann bitteschön und ab! Ja! April, April, der macht was er will. Macht aber gar nichts. Ich hatte einen super Tag hier auf den BMW Open. Habe tolle Menschen getroffen, viele Emotionen erlebt. Also tschüss und bis zum nächsten Mal. Not Euro